Spät abends, so gegen 22 Uhr, bemerkt ein Mann, dass er sehr hungrig ist. Bei ihm zu Hause gibt es nichts mehr zu essen. Sein Magen knurrt unaufhörlich. Er ist wirklich sehr hungrig. Der Mann lebt in einem kleinen abgelegenen Dorf, hat kein Auto und mit dem Fahrrad wäre es zu weit bis zur nächsten Tankstelle. Da fällt ihm ein, dass die Dorfkneipe noch offen hat und häufiger kleinere Gerichte serviert. Er spaziert in die Kneipe und fragt, ob es noch etwas zu essen gibt. Die Wirtin entschuldigt sich und sagt, dass die Küche bereits geschlossen hat. Verzweifelt setzt er sich hin, bemerkt dann aber, dass ein alter Mann am Nachbartisch einen Suppenteller mit Linsensuppen neben sich stehen hat, ohne diese zu essen. Er geht zum Tisch, an dem der Opa sitzt und fragt, essen Sie die Linsensuppen noch? Da sagt der Opa, nö, ich habe keinen Bock mehr die Suppe zu essen. Der Mann zieht den Teller blitzartig zu sich und fängt an die Suppe schnell runter zu schlingen. Als er die Suppe ca. zur Hälfte ausgelöffelt hat, bemerkt er eine tote Maus in der Suppe und erbricht sich daraufhin direkt in den Teller. Da sagt der Opa, tja, so weit bin ich auch gekommen.